Hallo zusammen, hier ist Judojula und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Mount Guard Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Mount aus der Protosynthesenschmiede. Und zwar haben wir hier einen Wombard Mount, neugieriger Kristallschnüffler schimpft sich der. Und ja, das ist wieder mal ein Mount, wo ich jetzt nicht so heiß drauf ist. Ich finde diese Wombards nicht so nice, aber für sammeln brauchen wir die natürlich auch. Ich würde sagen, wir gucken einmal das Mount Special an. Ist ähnlich unspektakulär wie das Mount an sich. Er dreht seinen Kopf nach links und rechts und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Nichtsdestotrotz wollen wir uns mal angucken, wo wir das Mount uns denn bauen können, beziehungsweise was wir dafür nämlich alles brauchen. Als allererstes müsst ihr dann erstmal die Protosynthesenschmiede freischalten, um dementsprechend die Mounts craften zu können. Wie schalten wir diese Protosynthesenschmiede frei? Einmal kann ich es euch kurz zeigen auf der Karte. Wir sind auf den Koordinaten 70, 28. Da befindet sich diese Protosynthesenschmiede. Aber erst, wenn ihr eine Forquest bewältigt habt. Diese Forquest kriegt ihr erst dann, wenn ihr quasi einmal euren Fortschritt hier in der Zonenkampagne auf Minimum 3 von 7 habt. Dann habt ihr nämlich hier in der Höhle des Verbanden eine Konsole freigeschalten. Und diese Konsole befindet sich hier gerade hinter mir. Und die schimpft sich einfach Chiffrin-Konsole. Bei der Chiffrin-Konsole müssen wir dann folgendes skillen. Und zwar Verständnis des Sopranesischen. Das ermöglicht euch hier mit Soar Thomas zu interagieren. Und unter anderem verbessert euer Verständnis der Synthesenschmiede. Und ermöglicht es euch die Entdeckung und Erschaffung großer Kreaturen. Diese großen Kreaturen sind einmal quasi die Reittiere. Und diese Geschichte brauchen wir dann einmal. Wenn wir das hier fertig geskillt haben, dann kriegt ihr eine Quest. Und zwar hier im Lager Hult des Pilgers. Und hier bei der Schatzkiste sieht man auch nochmal die Schritte, die wir absolvieren müssen. Wir müssen einmal die Quest Finde Tali abschließen. Das sind etwa so 10 Quests, die dann hier in dem Elite-Bereich spielen. Sobald wir das gemacht haben, sind wir für den ersten Tag so weit mal fertig. Und sobald dann ein Tag vergangen ist, bekommen wir eine zweite Quest. Und zwar die verlorenen Komponenten. Die bekommen wir auch von Tali. Die startet einmal auch wieder in der Hult des Pilgers. Schickt uns dann nochmal zur Protosynthesenschmiede. Und dort können wir dann die Quest abgeben. Kriegen schon mal ein paar Matts fürs erste Mount, auch den ersten Plan. Den ich euch schon in dem Video gezeigt habe. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann hinter mir diese Protosynthesenschmiede freigeschalten. Das ist das hier. Und dann habt ihr erstmal nur einen Plan. Und dann sollten wir als nächstes losteakern und die anderen Pläne holen. Und fürs Mount habe ich euch schon mal den Plan rausgesucht, wie wir den bekommen. Und da schauen wir jetzt mal rein. Dann kommen wir zum Plan Neugieriger Kristallschnüffler. Und das ist ebenfalls im Raid-Mausoleum der ersten. Und dafür müssen wir einmal, nachdem wir hier am Start waren, nach unten, also das rechte Portal quasi nehmen. Die ganzen Bosse besiegen, auch den dritten hier. Und dann haben wir, wenn der Boss tot ist, quasi diese drei Räume, wo der sich befindet. Und im zweiten von den Räumen, wo der letzte Boss drin ist, haben wir einmal hier auf den Koordinaten 63, 52. Das Ding hier an dem Pillar dran liegen. Das können wir dann einmal hier aufmachen. Und dann haben wir hier einmal den Bauplan. Ich gehe jetzt mal nochmal ein bisschen raus, dass ihr es besser seht. Also wir haben in dem Raum quasi, da kommen wir her. Da geht es dann in den letzten Raum weiter. Und hier haben wir drei Gebäude. Eins, zwei, drei. Und bei dem mittleren Gebäude, da ist es quasi an der Seite dran. Also hier, wo mein Hunter jetzt auch steht. Das könnt ihr auch im LFR farmen oder in jeder anderen Schwierigkeitsstufe. Sobald wir uns dann den Bauplan besorgt haben, brauchen wir ein paar Materialien. Und zwar sind das hier einige. Wir benötigen für die neugierigen Kristallschnüffler einmal 400 Genesis-Partikel. Dann benötigen wir ein kristallisiertes Echo des ersten Edes und ein Wombat-Gitter. Und wo wir die herbekommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Dann kommen wir zum ersten Item, und zwar den Genesis-Partikeln. Diese Partikel könnt ihr in der kompletten Zone von nahezu allen Mobs looten. Sprich, wenn ihr nebenbei euch die anderen Materialien farmt, beziehungsweise ihr hier am Questen seid, kriegt ihr die sowieso nebenbei. Ihr könnt es aber auch speziell forcieren und an einem Spot farmen. Ich habe hier meine 18.000 schon zusammengefarmt. Ein bisschen mehr als 18k braucht man nämlich, um alle Mounts und Pads einmal craften zu können. Wo befinden wir uns genau? Wir sind hier auf den Koordinaten 42, 73. Und hier in diesem Bereich gibt es Verschlingermobs. Diese Verschlingermobs haben den Vorteil, dass sie auch so Portalen spawnen. Und die spawnen irre schnell nach. Heißt, man kann die hier mit einer Gruppe eigentlich durchgehend umboxen und halt da am effizientesten tatsächlich dieses Zeug farmen. Wenn ihr das in einer Gruppe machen wollt, dann gebt hier am besten Mode ein oder Genesis Mode. Das ist der englische Name von diesen Genesis Partikeln. Und da gibt es eigentlich genug Gruppen. Einfach rein queuen. Ihr könnt es in einer 5-Mann-Gruppe machen. Raid macht keinen Sinn. Oder ihr könnt auch in einer 2x4-Gruppe machen. Das bedeutet, es sind zwei 4-Mann-Gruppen. Und die können dann quasi auch die Mobs alle looten, wenn sie sie dann alle untacken. Ich kann euch noch ein, zwei Tipps geben erstmal. Ich habe es bis jetzt meistens an dem Portal gefarmen. Dann kann man eigentlich die zwei immer zusammen weghauen und hier so ein bisschen außen noch mit ranziehen. Oder hier hinten an dem Portal, da sind meistens drei Mobs. 1, 2, 3 sind die da meistens. Und dann kann man auch noch ein paar von außen mit ranziehen. Ihr könnt es auch so ein bisschen AFK farmen, indem ihr euch einen Buff holt. Und zwar Toxitalisch schimpft sich das. Ich kann das euch einmal zeigen. Ich pull jetzt mal 1, 2 Mobs hier einfach ran. Und zwar gibt es einen Buff, Toxitalisch heißt der. Den kann man sich einmal über die Buff-Konsole holen oder auch sockeln. Und der verursacht einfach folgendes. Fügt bis zu 5 Gegnern innerhalb von 40 Metern. Alle 5 Sekunden 6% ihrer maximalen Gesundheit erschaden zu. Elite-Gegner leiden 2% ihrer maximalen Gesundheit. Also bei so Rares, die ein paar Millionen Life haben, haut das irre Schaden raus. Und ihr seht, ich mache hier gar nichts. Und ich fahre einfach 2-3k DPS. Das ist einfach nur Toxitalisch passiver Damage. Die Gegner kriegen also die ganze Zeit Schaden. Und wenn ihr in Gruppen seid, ich sag mal so, die meisten Gruppen haben es jetzt nicht so gern, wenn ihr komplett AFKt, weil sie dann die Arbeit macht. Wenn ihr aber Toxitalisch drauf habt, dann macht ihr ein bisschen Damage. Und wenn ihr alle 2 Minuten lootet, dann reicht es. Ich habe meistens nebenbei so ein bisschen Filme angeguckt, wenn ich das hier gefarmt habe, weil man schon doch eine Weile dran ist. Und solange man Toxitalisch drauf hat, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit durchprügeln. Ihr habt ein Fenster von 2 Minuten, wo ihr immer einmal looten solltet. Denn nach 2 Minuten verschwindet normaler Loot. Wenn blaue Sachen oder epische drin sind, dann haltet es glaube ich bis zu einer halben Stunde. Das ist aber jetzt hier für den Farm irrelevant. Ihr solltet alle 2 Minuten looten. Wo kriegt ihr diesen Sockel her, beziehungsweise wie funktioniert das? Ihr könnt einmal bei eurer Skill-Konsole in der Höhle des Verbanden in der 2. Reihe ein paar Sachen skillen. Und zwar braucht ihr hier das erste bei Akularisch. Und dann am besten hier noch die anderen Sachen mit skillen. Hier das letzte ist, dass man den Sockel einmal reinsockeln kann und die anderen Sachen erhöhen die Zeiten von den normalen Buffs. Wie funktioniert das? Wenn ihr das erste geskillt habt, dann könnt ihr mit dieser Verstärkungskonsole interagieren. Und wenn ihr damit interagieren könnt, könnt ihr dementsprechend euch Buffs aussuchen. Hier zum Beispiel, da haben wir es schon toxetonisch. Das könnt ihr euch holen. Oder auch andere Buffs. Diese Buffs halten normalerweise, wenn man sie sich draufhaut, eine Stunde. Man kann sich aber diese Sockel-Items auch reinsockeln, wenn man das letzte in der Konsole unten geskillt hat. Und dann sind die quasi permanent. Also toxetanisch kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einmal dauerhaft mitzunehmen. Macht auf jeden Fall Passive Damage, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Ihr müsst nur mit den Gegnern im Kampf sein. Oder ihr haut da ganz normal drauf. Das ist quasi euch überlassen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Sachen noch ein. Achso, eine Anmerkung noch. Ich werde euch jetzt gleich noch zeigen, wo man auch die Gitter zum Beispiel herkriegt. Ihr könnt euch alle Gitter unter anderem auch im Auktionshaus kaufen. Manche sind sogar auch relativ günstig. Also ihr müsst die nicht unbedingt farmen. Das könnt ihr euch so ein bisschen überlegen. Wenn ihr ein bisschen Gold überhabt, dann würde ich empfehlen, die einfach im Auktionshaus zu kaufen. Und dann spart ihr euch das ein oder andere an Farmzeit. Dann kommen wir als nächstes hier zum Wombata-Gitter. Das können wir von den ganzen Wombata-Mobs kriegen. Ich befinde mich jetzt hier unten bei den Koordinaten 37, 67. Und da gibt es ein paar Wombata-Matronen. Und die können das unter anderem droppen. Zusätzlich gibt es hier auch noch einen Rare, der hier spawnen kann. Der das dementsprechend auch droppen kann. Und zwar ist das der hier. So Rhanos, schimpft sich der. Den könnt ihr auch öfter umhauen. Hat halt auch jetzt nicht so eine wahnsinnig hohe Drop-Chance. Leider gibt es nicht sonderlich viele Wombata hier. Um den See sind eins wo rum. Und halt der Rare, da könnt ihr es dann einmal farmen. Um das kristallisierte Echo der Ersten zu bekommen, müsst ihr einfach so kleine Kristalle anklicken. Da könnt ihr die nämlich rausluten. Hier hinter mir seht ihr gerade schon mal eins. Und diese Kristalle befinden sich bei Wasserfällen hier in der Nähe vom Raid-Eingang. Also wir haben da insgesamt fünf Spots. Ihr seht, ich bin jetzt hier unten auf den Koordinaten 78, 54. Und hier gibt es unten zwei Spots bei den Wasserfällen. Hier oben bei den Koordinaten 70, 45. Und hier unten bei den Koordinaten 77, 60 gibt es dann auch nochmal zwei Spots ebenfalls bei den Wasserfällen. Und das könnt ihr dann einfach anklicken. Und da ist dann das Zeug drin. Ihr könnt aber maximal nur drei tragen. Und ja, ich habe jetzt schon die maximalen drei. Denn ihr könnt damit drei Mounts erstellen. Sobald ihr euch dann den Planen gefarmt habt, beziehungsweise auch alle Matts besorgt habt, könnt ihr dann einfach hinter mir bei dem Kollegen hier das Mount erstellen. Da gibt es natürlich nicht nur einen Mount, sondern es sind insgesamt 24 Stück. Dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht, wo es dementsprechend jeden einzelnen Plan gibt. In einem quasi gesammelten Video. Dann habe ich ein Video erstellt, wo man alle diese Sondermaterialien für die Mounts herbekommt. Und ich habe auch ein Video erstellt für alle Gitter. Und dann gibt es noch diese Schimmer-Items, die man nicht für die Mounts braucht, aber für die Pets. Und dort habe ich auch nochmal ein gesondertes Video erstellt für alle Schimmer-Items. Sprich, wenn ihr euch gesamt diese Matts farmen wollt, sind diese Videos ideal, um euch zu zeigen, wo ihr jedes einzelne herbekommt. Zusätzlich werde ich jetzt für die anderen Mounts natürlich auch nochmal kleine extra Videos aufnehmen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos wieder. Euer Tchala. Bis zum nächsten Mal. Ciao.